Habe ich nen Mund zuvor genommen, du? Kann mein Mitbewohner rein? Man kann dem Mund nie zuvor genommen Oh doch! Soll ich mal die Hose aufmachen? Junge Schau rüber! Was geht, was ich hab? Wir sind von dir, ich weiß nicht wovon Twitch.Zivil.Morindiel, dann siehst du was, okay High-Level-Gameshame 57 APM, Protoss Erstmal, Wormace, Protoss Denkt irgendwer an dich, Marta? Das kann ich dir ja nicht vorstellen! Oh nein! Mein Spiel ist abgestürzt! Was? Oh! Oh, bitte! Dann muss ich ja gleich mal den Follow-Man hinterlassen What? Ey, Scheiße! Was ist das denn für ein... Oh, ey! Wie der, wie der, Herr Mori einfach mal nach oben scrollt Hm? Ja, wenn man nach oben scrollt Am Anfang der Fließ Ach stimmt! Aufs Command Center kann man ja keinen Chronoboos setzen Hehehe Hehehe Toll, ey! Was machen wir jetzt? Schau dir mal vor, ey! Ich hab mir grad ein Bierchen geöffnet Leider hab ich den Flaschenhals mit geöffnet Hehehe Hehehe Warte mal, ich bin grad und langsam Ich muss grad denken Hehehe Soll mal schnell machen Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Okay, verdammte Scheiße, ey! Das ist lang nicht mehr passiert Ja, sollen wir aus dem Game raus? Nein! Ja, ich proxie gerade Was macht ihr? Ja, alle proxie Ja, ich mach immer Full-Voltray Full-Voltray, äh, Full-Full-NA Mach, ich probier noch mal Footloads Ja! Au, 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 au! Ja, zeig mal ein Gas als erstes genommen Also meine erste Meine, meine, meine Städte Blutlacht War nur warm Bis bei Minute 11 Klasse Warne bis Blutlacht Heeeey! Hehehe Ich hab, ich hab Spitz auf und oder? Aber ich hab einfach mal verbreitet Hehehe Oh, ja, langweilig Hehehe 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 Das schmeckt nicht so gut Wollen wir noch unsere Gegner hier? Ich traf das hier nicht Da drüben Da drüben Da drüben, haben die rüber gemacht die Da drüben, wirklich, Junge Die sind hin auf dem Salen Er hat immer noch nicht gereicht Eiii So, ich guck mal So, ich guck mal Also, die Werbung läuft Auf dem Handy Zum Beispiel Du bist, ähm Also, ich muss euch eins sagen Das ist lappisch, hä? Ja, was? Warte, ich muss meine Buckeleiter machen Was sagst du? Noch mal Du hast ein deutlich zu viele Akons Habe ich immer noch nicht verstanden, aber egal Du hast ein deutlich zu viele Akons Habe ich immer noch nicht verstanden, aber egal TeamSpeak Ja, ich muss gerade, ähm, TeamSpeak über Lautsprecher laufen lassen Also, jetzt wird das nämlich nischt hier Egal Egal Ich hab da Ich Für Silber und Gold hab ich nie gewollt! Boah, ich bin so geil! Lass uns an der Hand an der Spanghaut! Oh, guck dir das ein! Ich hab's nur geschafft! Falls irgendwer da zu viel hat, ne? Ohne Niederlage! Ohne Niederlage! Scheiße, wenn man den Gas hat, ja? Aris, welche Liga bist du jetzt mittlerweile eigentlich? Gold! Ich? Ich? Nein! Kapla, 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 hey? Was? Da haben wir mittlerweile ungerecht, aber ich spiel... Aber ich spiel auch Ränderwinder leider. Aber selber schütt! Und mein Perrin ist ja noch zu schwach! Ja, welche Liga und welche Main Race. Kack, oder? Wie war das nochmal? Mit Tjercor? Mit Tjercor? Mit Tjercor? Dann war ich mehr als Tjercor? Dann war ich mehr als Tjercor. Thanks for the follow, whoever! Oh, der Split! Durch die Pracht! Hahahaha! Hey! Der Tjercor ist da dringend, wo der gestartet! Ah, aber Tjercor hat er geschütt wieder zu gefunden! Ehehähähähähähah! Das ist ja auch nicht in der Sache Oh, nur noch was treut, bolche Pylonen Oh, ich treffe den Akt noch nicht Ja, wo ist meine Probe? Ich hatte auch eine Proxy Probe Ich tot, hast du abgeschossen? Dann aber jetzt nicht wahr sein Meine SG sterben Die sterben sich auch nicht Hey, was soll der Mist? Ja, meine ersten Brutlust bei 9 Minuten 40 Geht jetzt? Jetzt musst du das nur auf dem Anum anmachen Der macht meine Racks kaputt So ein Arschloch, du Was denn läuft der sich eigentlich? Was? Was erlauben, Strom? Was nur richtig Spaß macht Wie ist das? Ich mein, ist das CVP? Wenn ich als Bank bin Ach, das sind ja nicht so Das ist das Nexus nicht Ich hab keine No Wings mehr Oh, neuer Nexus Oh, neuer Nexus Willst du die Probe? Ich hab die erste Vagete Probe Ja, ich bin dabei Ich hab keine Melerei Ja, neuer Nexus Ja, ja Ja, Fluffy auch Die Qualität auch nicht Oh Ich hab keine Probe Noll Kein Schicks, komm Warum beschützt du mal mehr Hüi dich? Ich denk, warum kannst du nichts bauen? Ja, nicht wahr 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 3.4 Mark Soll ich dir meinen Sonnen zum Schraub überschicken oder was? Ja Schick mal deine Rente, Junge Oh, hier Was hat man denn hier? Hahaha Nein, guck nicht jeden zu sagen Hahaha Und ich frag mich, wie er das mit 2 Geld geschafft und seine Kohle muss er zu tun Irgendwer Geld? Ja, wie viel mehr da rein brauchst du? Send mir einfach. Ja, schick irgendwas, was du kannst. Geh gleich. Ich hab alle meine Probes verloren, es ist nicht mitgekriegt, bleib schon gut. Wie heißt du im Spiel? Bist du Morindil? Morindil der Große. Ja, bitteschön. Danke. Ich hab ein Kleid geschrieben. Oh man, da kommt Fenyx, ey. Oh, ich hab ein Kleid verloren, deswegen hab ich keine 3. Das ist meine Brutlords, bitte. Nein. Nein. Meine schönen Marriads. Nein, ich habe noch nichts getan. Nein, ich zwar schon in ein Aurelac, war bei einer Aurelac Gägen. Jeff, jawoll! Du längst dir nicht das. Du siehst du! Der Mutter, der wenig Life hat, ähm, äh, zu einem Brutlord-Verwandte, ähm, hat er wieder volles Leben. Hat er? Gib mir mal Geld. Wir haben doch so ein Inbatsherrung. Das hat kein Geld. Oh, ma. Mule. Junge, ich habe, warte mal, vier, ich habe sechs, äh, fünf Worker. Sounds legit. Was habt ihr bitte gedacht? Ich seh dich auch nicht an. Das war ein Meta-Gamer, weil du eins trockst und nur einen für jeden, der von mir vorall ist. Wasa, attackowann. Wasche Sojusne, gifst du Biele vor. Nur sage mal, wie lange braucht ihr noch? Weiß nicht, wir haben angeboten, dass wir lieben, du wolltest ja nicht. Ja, aber das kann doch nicht so lange dauern. Ja, die wollen ja nicht lieben. Ja, sollen wir lieben? Boah, da sind doch schon zwei raus. Ja, wenn wir den zwei Leute gegen die E-Test verlieren, dann dauert das länger. Ja, der eine hat halt jetzt auch doppelt Stargate und ne Million Camps. Ja, und das Problem ist, dass ich halt, wenn die Felixe ankam, habe ich halt immer, äh, Slashdance gedrückt. Und dann passiert halt nix. Wenn jemand übermässig Gas hat, ne, sagt Bescheid. Nö. Der Morde wäre froh, wenn er irgendwas hat. Oh, ich bin immer noch auf sechs Worker. Ne, sein Team ist auch nicht auf sechs Barrakes. Das ist nicht ernsthaft, meine ganzen Blutworts. Was ist immer ein bisschen anstrengend? Zumindest kommt der eine Typ dann nicht auf die Idee mit seinem Phönixen zu harassen Oh doch, jetzt! Echt? Was Oh ne Scheiss. Ich hab keine Lust, irgendeine Erweiterung an meine Barracks zu machen. Ja, das ist auch mit viel Arbeit verbunden, ne? Ja, und dann musst du aufs Dimm antrücken und, ja, das ist auch ordentlich Sinn der Sache. Wenn du noch richtig effektiv sein willst, brauchst du noch ein paar Medi-Vacs dahinter. Äh, weißt du wie weit sie sind? Ja, da musst du ja auch noch eine Factory bauen. Boah, auch noch. Ah. Oh, aber ohne Mann, ohne Mann. Ja, aber ich bin auch tot. Ich glaube, ihr könnt mit meinen Winnereien mehr anfangen als ich. Oh, da haben kurz meine ganzen Brutelords, äh, meine Dings geklatscht. Meine Corruptor. Scheiße, ja. Ja, soll mal raus? Was? Ja, habt ihr verloren mit dir nicht oder was? One way is good, Leute. Ist doch scheiße. Habt ihr verloren, ey? Ja, dann zimm ich den Haufen Voidrails. Not sure, Kev. Hehehe. Bin ich jetzt der Einzige noch drin, oder? Ja, erscheint so. Also, ich bin gerade bei Minute 20.50. Morispaar, Morispaar und so, Goku. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, jetzt war ich noch, dann geh ich mich erstmal wieder hin. Ey, wir müssen jetzt wenigstens die Platzierung zum Winches. So leicht kommst du mir nicht davon. Dann wollen wir uns helfen. Ja. Holy fuck. Hey Fluttershy, hm? Ähm, streamst du Hitbox oder Twitch? Twitch, okay, und wie heißt du da? Morispaar. Morispaar. Oh, ich muss. Oh, ich muss. Ja. Mach Cannons, 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 Cannons. Mach so viel Mineralien. Man braucht Gas. Ja, wir brauchen die Bremse. Was für die Bremse ins Beermuse auf dem Weg. Was für die Bremse in den Weg! Ja. Hefe! Maler raus, halt. Maler raus. Maler raus. Maler raus. Was für das lange hier ist? Ja, einfach null Gas. Ja, ich würde sagen, das war's. Ladies and gentlemen, Protas. Der Jonry ist jetzt drin, Gruppenleiter. Hoffentlich kommen wir auf Bronze. Na, ich bin aber auf Rubrik. Ja, Servus. Oh, putzierte Zähne. Bei wem höre ich mich hier eigentlich? Bist du das nicht? Ne, Jonry. Ne, bei mir hast du mich nicht dabei. Irgendwem läuft Streaming hinter. Oh shit, gegen die haben wir eben schon gespielt. Achso, ja, das ist mein Stream. Die sind gegen Gold. Ja, das sind doch die Easy- Leute. Ach, gegen die haben wir doch schon mal gewonnen. Ja, nein. Verloren. Ne, gegen die haben wir gewonnen. Ja? Ja, ja, gegen die haben wir gewonnen. Das war ganz ehrlich. Gegen uns da müssen wir Sportler ankommen gehen. Das war ein Beutel. Das war ein Linkspan. Äh, why? 6-Pool? 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 10-Pool? Was ist da los? 8-Pool? Bist du... Ja, mach mal 8-Pool. Boah, ist doch kein Problem, yo. Ja? Ich würde wenigstens raffen, wo die sind hier. Mit Speed, oder? Nee, ne. 4-Pool? Mach 8-Pool. Ja, noch wollen die Clanbro gegen uns spielen. Das ist doch geil. 9-Pool? Hm? 豪ische Ach, ich sollte mal aufhören! An mich zu schreiben. Puh! LOL! Scheiße! Scheiße! Ich hab meinen ersten Party so gebaut, dass ich kein Geld bauen kann! Scheiße! Ich hab ein Picknick! Ähm, ja. Ich wollte eh nächstes First gehen! Ja! Genau, bei einem Proxy, ne? Ja! Danke für den Follow! Ja, guck mal, danke für den Follow! Hey! Nimm Gas, bauen Mothership-Dings und dann macht Nexus-Ketten rein da! Äh... Wieso kommst du mit? Warte! Ich, ich, ich renne gerade! Nexus-Rushen ist gegen Karin! Ja? Meine ersten Einheiten laufen schon! Ja, klar! 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 Ah. Oh, wer Lectio? Bin ich das? Keine Ahnung. Ja, das ist ein Torball. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vachy sojuzniki wstupili w boi Nechmataet Mineralów Vachy sojuzniki wstupili w boi Niedostaточной energie Vachy sojuzniki wstupili w boi Wachy sojuzniki wstupili w boi Dane to Dane to Hallo Moin Oh die Legatee sind sogar schnell Zurück hier du Ups Alter, hilft nicht mehr Ich würde ja gerne meine Hatchery liften, aber es geht nicht. Ne, lass aufhören mit rushen. Ne, wir müssen ein bisschen hier... Ne, und so weiter. Wir müssen ein bisschen denken, ja. Kann jemand von euch Bell rumschießen, die oben drin ist? Mitten im Team Games und am Stream. Ah, shit. Wo wir dein Handy schoben werden. Ich hab keine Ahnung, er hat mir nur gesagt, er hat mir nur geschrieben, kannst du mich ziehen. Also wahrscheinlich zu uns. Wir sind wieder in geschlossenen Channel oder was? Dann noch abgekommen. Möchtest du hierher, oder wollen möchtest du? Musst du mal ein bisschen fatiger werden, Junge? Hahaha. Du willst ja keiner, was du hier haben willst. Ah, okay. Mein Bruder hat geschlosselt aufgewählt. Ähm, Mori, bist du morgen da? Hä? Bist du morgen da? Hallo. Das ist morgen. Der kommt nicht. Oh, shit. Ah, okay. Hilfe! Kannst du das dann nochmal hochladen? Ja. Nein! Nein! Oh, Imba Maiko, Junge. Imba Maiko, Alter. Ich bin jung. Gott, ey. Von mir können sie sich was abgucken. Die Ernsten Louis. Die alles überlebt hat. Die alles überlebt hat. Ich bin der erste Rassi entgegen, wenn das erstmal das mit dir Lawrence aussche. тundig zu sehen. Ich bin echt kickaround. Ich bin Tongue und negotiier. Jetzt gibt's mich jetzt einen Preis. Oh lol Bäm um! Ja? Florian und Krötz spielen ja beim Turnier mit, ne? Ja, was? Und, ähm... Carrier, also Roy Die ersten Units, die ich im Spiel brauchst, sind zwei Carrier, Alter Mori, kannst du nur freuen, dass ich die Demo dazu muss, dass ich mich rufen kann? Da sagt man bitte, nischt Bitte, vielen Dank Ich kann grad gar nicht, ich bin schon mitten im Game Serious Game, Serious Game, sag ich dir, Serious Und weg, eh so Wer denn? Mann! Der Kenji da war gestern auch mad Also, in letzter Zeit hab ich's drauf, so Leute mad zu machen, ne? Obwohl, eigentlich war doch durch John Lee mad Was ist das mit mir? Du hast Kenji gestern mad gemacht Ja Nein! Mann! Weil ich so einen Linkspan gespielt hab Äh, weil der Vortrag gegen mich gespielt hat, glaub ich auch nicht so ganz zufrieden Was ist das mit dem Spiel? 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 Ich hab drei Spiele gegen ihn gemacht Im ersten halt, äh, Overlordrop Im zweiten, Nidusform Und im dritten, ähm Hörte mich kennengaschen Und dann hab ich Massempfestore gespielt Mit Zwiedling Er stimmt in Nidusform Was ist das mit dem, äh, normalen Modusform Das war ja Hedgenblock In Ternidusform und Folgst du mir mit dem Spiel leg Mister? Ja! Hörh! Hörh! Lass mich nicht! Oh, der hat gepennt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt das letzte? Naja, eigentlich hab ich gedacht, dass wir bis nach DIA hoch machen. DIA? Was war denn im DIA? Nee, ich muss mich, glaub ich, noch mal ins LAD legen. Brosserino! Ja, der Carrier gespielt, direkt erstmal 30 APM weniger. Warte mal, wenn du Protos bist, dann hast du minus 30 APM gehabt, oder? Rotor! Let's do that! Ich muss mal Vipi! Ja, ich eigentlich auch. Oh Gott, Triple Terran, Nexus Rush, Blinch, Blinch, Blinch! Warte! Die Löcher sind! Die Löcher sind! Jawoll! Ladies and Gentlemen, are you ready? Brumbo! Für Nexus Rush! Für Nexus Rush! Für sieuben frei! Für sieuben hoшие? Will sie Uno Nord Bau? Poor를 Und Wir gehen unseren Körserinoamn Und wie Antonio Dörferiert Das war's. Was fahre ich denn jetzt? Oh, weh! Oh, die Hundesöhne! Was denn? Habt ihr noch weiter gesagt? Ja! Ja! Na ja, da verkriegen wir jetzt gleich, äh, die Ecke zurückkommen. Ja, Faze! Ja, Faze! Ja, Faze! Ja, Faze! Ja, Faze! Muss man построit больше Pilon? Muss man построit больше Pilon? Ja! I have been afraid free from this whole order of the capital pre-producters. The chance is that a big information is down on the floor. Lass uns mal scouten gehen, wer wo ist. Ich muss nämlich den Tirana-Annexen übersetzen. Also bei mir ist doch Protoss. Was baut denn der hier in der Cannon? Ne den Pylon... Veteran ist hier unten Oh shit Was? Feilenblocked Feilen sind in der Kriegwech Die Bewerbung ist auf die Bewerbung. Die Bewerbung braucht mehr Wiespena. Die Bewerbung ist auf die Bewerbung. Die Bewerbung ist auf die Bewerbung. Die Bewerbung ist auf die Arbeitsplätze. Sie sprechen durch. Wieden Sie. Abwechung... Nichtsdestotrotz. Zähne die Verteilung. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Veneer Teichn. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Zagrubt sich. Zähne die Verteilung. Zähne die Verteilung. NCS. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Nexosrush fehlt. Scheiße. Nexosrush. Naja, fehlt, kann man nicht sagen, aber... ...hat nicht glatt. Nexosrush. Nexosrush. ... sąd Alpha. ... hoären. Diese kinder sind in die Landürила des Zugang. Die König der Aspekte bestellen. Die Aspekte sind in die Landürила aus dem Schlag. Fassismus geht weiter und gut. Diefe von der Aspekte ist in die Projektbetreise. Die Flucht sind hier, in der Tiefe. Die Flucht sind hier, in der Tiefe. Alles ist hier, in der Tiefe. Es braucht mehr Erweiterung. Der Stil ist 62, das ist was für mich. Alles ist gut. Der Stil ist ein Ayer. Der Stil ist ein Ayer. Der Stil ist ein Ayer. Ich habe mich gerade angeschrieben, ich muss mit Kielsesuppe kochen. Der Stil ist gardien. Das war der Stil ist ein Ayer. Die Stil ist ein Ayer. Der Stil ist ein Ayer. 6 Minuten. Das ist richtig. 5 Minuten. 6 Minuten. Wir sind in den Weg. Wir sind in den Weg. Wir müssen mehr Pion herbehalten. Alles ist fertig. Alles ist alles gut. Alles ist fertig. Wir müssen noch nie bei uns. Wir müssen noch mehr Pion herbehalten. We are waiting. Xeon-Sеть ist installiert. Rekord bekommen. Ja, danke. Hey, keine Probleme. Seine. Schatz. Sto. Nichts. Nein. Jetzt ist es. Warte noch, ich mein Blink ist gleich durch. Warte noch, ich mein Blink ist gleich durch. Warte noch, ich mein Blink ist gleich durch. 6 Sekunden. Blink dann. Let's go. Mann, Tanks weg. Get in range. Mann, Tanks weg. Mann, Tanks weg. Mann, Tanks weg. Mann, Tanks weg. Mann. Mann, Tanks weg. Mann, Tanks weg. Mann, Tanks weg. Mann, Tanks weg. Ä, Bisco weg. Ich hab dir eigentlich schon gesagt, dass ich für die Pizza zwei Tage gebrauchte, bis ich die ja alle hatte. Warte, zwei Tage? Ja, zwei Tage hab ich gebraucht. Ich hab zwei Tage bei Geschwitter hingekriegt. Ach nee, oder? Warum gehst du nicht raus? Und mach schon Schössling Oh Gott war echt geil War echt schlecht Das bleibt doch Ich versteh nicht wie bei solchen Spielen auch immer dort in Wieden kann Na die waren halt noch schlecht als hier Ich weiß es ist hart Hart Vorzustellen aber Na ist wirklich sehr hart vorzustellen Also Jungs ich geh mal was zu essen machen Ich wünsche euch was ich bin später nochmal da ok? Ja Ja Wünsche euch zu Pest an treinen Ciao Jungs Ciao Ja das habt ihr davon dass ihr einfach still die Pause beendet habt Ja 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 3 und 3 oder? Äh ne ich muss mich achten nochmal hinlegen oder muss noch ein bisschen was klären Gut Und 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 Ja ja Gut Eventuell bis nachher war ich mich auch mal stumm Ja Boah Bitte Ja Silber 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 Das wär immer geil oder? Wo so ein Weltkrieg mit Schneebecken Ja gut, in Afrika wäre ich glaube ich relativ langweilig. Ja, wie eine Wasserschlaft, ja. Ja gut, also bin dann erstmal aufbauen. Jo. Lass mich schritten. Ne, ne. Uri, du musst Titus rausschmeißen. Äh, so viel Arbeit. Warte, halt mal ein neues Lieder machen. He's standby. Hör, Hör, Hör. Hör, 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 Hör. Hör, Hör. Ho, Go! Ich hab mal die ganzen behinderten Maps draufgenommen, wo man nicht all innen kann. Die neuen Division kenn ich gar nicht. Auch nicht, ist doch scheißegal. Wolke Industry Complex. Ja, main race, off race, random bullshit. Ich würd sagen main race und dann proxy. The whole time. Also tryhard mode. Tryhard mode. Tryhard mode. Plays mit Matches gewinnen. Oder Bronze. Ja. Du kennst doch gerade dieses Liga Placement. Da brauchst du 100 Jahre um erstmal in Silber wieder einzusteigen. Also brauchst du erstmal 20 Games. Warte, ich tue das mal in den Streaming Channel damit. Der Tod kommt zu uns. Der User wurde immer schlafen. Der User wurde immer schlafen. Der User wurde immer schlafen. Weitere und Regen. Fängt an, ne? Jojo. Wann beginnt eigentlich die neue Season? 1-on-1? Euhh... Warte, ich hab mir das irgendwann mal aufgeschrieben in meinem Terminkalender! Wir müssen auch nach Hause mal gucken. Season 1 Lock ist am 25. März. Nee, November. Ist ja nicht mehr lange. Ja, ich hab keine Ahnung, wo ich hier proxieren soll, aber mach den. In your base, in your face. Oh, Hinge! Glätterzieher-Klasse, oder? Ja, Hardcore. Was? Wer dann gerade 2 und 2... ...Boxy! Was du jetzt wohl, Schipion? Ach, Matta, da kommen alte Hände rum. Ja... Ja... Oh, jetzt hieß's, jetzt wird's seriös. Siehst du das? Warum ist Titus weg? No kidding. Oh, erstmal ein Kippchen an hier. Ja... Von den Leiden legen, äh, ich mein, äh, Kaffee trinken. Äh, pff... Drogs, Drogs abetten, Kay! Diese icke nicht! Also... Oh. Oh. mal. wir klingenken Aura Nostalgia Mit der Bühne Wunsch, den sie in den Abbrechen Leben für Aure Aure, mit der Bühne nach der Bühne Wunsch, die Bühne Wunsch, die Bühne in der Bühne in der Bühne komm! direkt zur Dinges warte ich komm ich komm ich komm yeah baby so wollen wir das doch sehen komm! direkt zum nächsten hey baby ahhh ups ich glaub ich sollte mal in die Ingegenze warte! alter 237 APM hab ich gewonnen? yeah! warte! ja deine Makro-Tasten das sind keine Makro-Tasten, nur Honk ja das ganze legitbam ja bei mir auch ja ne doch ich hab halt ein gutes Keyboard und nicht so ne so ne Standard 0815-Taste 19 scheiße hä? what? ahja mechanical Keyboard, Junge oh keine Makro-Tasten die einzige Makro-Taste die ich die einzige bei den Makro-Tasten die ich hab ist eine GLHF-Taste und eine Slash Dance-Taste wenn ich aufhöre dorthin zu fliehen werde ich gesund sein warte, jetzt mal nur zum beweisen ich mach jetzt mal kurz ne Makro-Taste dann siehst du wie viel APM ich hab wenn ich ne Makro-Taste benutze ich schreib grad ne Makro-Taste ich schreib grad ne Makro-Taste ja ich auf der der die 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 Sieh, sieh, vielleicht auch. Sieh, mein Freund. Dann zacko, du. Was? Was, was, was? So, Matador, jetzt kriegst du eine Makro-Taste. Jetzt kriegst du Spam per Makro-Taste. Ja, 1000 AP. Nee, da sind wesentlich mehr. 1000 kannst du auch so spammen. 1000 kannst du ohne Makro-Taste spammen. Ja, aber ich nicht. Doch. Ja, du brauchst das richtige Keyboard dafür, Mann. Also, wenn ich spanne, dann hört sich das so an. Warte, wo habe ich... Jetzt habe ich vergessen, wo ich mir den Makro-Key draufgelegt habe. Ah, hier. Mach mal lieber einen Ping, wo wir proxien sollen. Ach, scheiße, wo wir proxien. Weiß nicht, ich kenne die Map nicht. Ah doch, das ist die. Ach so. Ja, und wenn. Doch, dann kennen wir beide. Ich wünsche euch nur viel Erfolg. Ich muss an euch die Woche wissen. Tschau. Danke. So, jetzt halte ich mal den Spam-Button gedrückt. Ich werde mich mal verabschieden machen. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich muss jetzt schon trinken und andere kann es auch super machen. Dann sehen sie mal zu. Dann sehe ich mir zu. Becker, die haben meinen Poxy-Pyling gefunden. Passt. Ach so, das war's. Dann war, dann rechnen wir auch schon abend. Lass wir mich rubschippen und da. Will ich so lassen, dass wir uns nicht rubschippen. Nee. Seine, tschau tschau. Jo, viel Spaß. Tschau. Das ist dämlich. Die haben meinen Poxy-Pyling gefunden. Der Faker. Das ist dämlich. Der Faker. Das ist dämlich. Der Faker ist nicht so schön. Das ist dämlich. Wir haben die Spierverläuter. Wie? Der Faker ist dämlich. So, jetzt dieses Mal wird was spammiert Makro-Kill. 5 foot in der Erde. So sieht das aus, Junge, 6 oder 25. Echt? Ja. Mit wem redest du? Redest du wieder mit kleinen fremden Personen? Ja. Man redet grad aufgeholt. Du bist grad voll leise. Zieh mal das Mikrofon aus der Bierflasche. Ja, mein Zimmer wird grad freundlicherweise aufgeräumt. Nice. Und die Handflaschen entsorgt. Boah, was für Service. Und die Tür zugemacht haben. Was für Service, wer macht das? Ja, Service pur. Von Schmutzfrau. Von, äh... Hallo. Von meinem... Filmt da jemand? Ja, ich. Was nimmst du? Trollbrigade. Du wie du, Proxy, into Proxy, into, äh, noch mehr Proxy. Das ist Dacke. Willst du mitmachen? Das war gestreamt. Was? Ja. Upstream. Wieso setz ich überhaupt die Kameraposition für meine Natural? LOL. Ich bin wieder an einem Channel Schuss. Ja. Er ist wieder an einem anderen Channel. Ich bin wieder an einem anderen Channel. Ich bin wieder an einem anderen Channel. Oh, die bauen gleich vorne zu. Ufff! Gesundheit Danke Bier oder Kaffee? Hm? Bier oder Kaffee? Was trinkst du? Ich gehöre gerade Kaffee Ich hab schon 8 Rett Wohllauf, 4 Kaffee und 4 Bier Ich hab 2 Bier, also 2 05er kann Und äh Ah, ich hab noch einen Mittag Kaffee So wie andere Stimulanten Ist ja doch noch nicht ganz vorbei mit dir Meinst du, hab ich noch Hoffnung? Okay, Sommer Es ist aber nett, dass du jetzt runter machst Oh Ich mach erstmal die Supply-Depose, ich komm, Bruder, den wir nicht mehr als ich vorhau' Wir müssen jetzt zu Fallbrot sein Kommi Ich hab's nicht Ich hab's nicht Entschuldigung Ehe Ich hab's nicht Ich hab's nicht Gegenüber Ich hab's nicht Was ist denn ein Boss? Hm? Hmmmm... Niedostadtechny Energie! Scheißin za Ayr! Scheißin za Ayr! Wohl bleibt dein Nachschub. Nastalt! Niedostadtechny Energie! Jetzt bin ich. Oh, der ist abgehoben! Die Dammte dich! Oh Gott! Seriously! Der ist vom Island geflohen! Er macht nix, ich mach nix! Bei der Hedge von Zerg Aufzähf! Die Dammte dich! Die Dammte dich! Ich schluchze dich! Die Dammte dich! Die Dammte dich! Die Dammte dich! Bernd mit der Dammte dich! Was soll uche? Na, Adan, Atom! Voi! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, ich gehe mal schnell pipi. 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 P-Offs machen ist immer, immer richtig Ja, damit kann man nichts falsch machen, ne? Ja, oh'n Scheiß In diesem Sinne Stülzig? Being disconnected Ok, nochmal 2 Zerg 2 Zerg Mikrofon aus Marsch, ziehen Sie bitte leise 2 Zerg Zergow ja Proxy oder? Proxy oder Proxy Ich würde sagen Proxy oder Ja Proxy klingt solide Ja Ups Der Failed Nein Ich möchte bitte Nexus A4 Danke Ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Achtung, das Bein, schnall den ab! Hey, hey, zurück, 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 zurück! Ja, okay, wir können hier auf den anderen. Denk du ein bisschen, ich habe mal mehr. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. Das ist ein bisschen, oder? Das ist ein bisschen, Orangssisau. Das ist ein bisschen, aber ich will mal. Ich gehe! 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 Oh, 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 ich muss nach vorne, ich muss nach hinten. Will ich weiter? Ja. Na, oh, 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 oh. Speed durch. Ja, den können wir nicht breaken. Du musst halt nur vor meinen Dock-Limper. Ich habe einen Weg bekommen. Ich habe einen Weg bekommen. dass wir uns die 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 Wir müssen noch mehr Pion Warum sagst du nur nicht Bescheid? Ungeduldig. Können wir unten irgendwie wallen? Weil die kommen jetzt mit Sicherheit rübergelaufen. Oh! 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 Wie kommt der denn hier hin? Bist du nicht? Oder? Oder? Ich bin. Oh! 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 Nichts, Mineral! Na, Adam, Atom! Nichts, Mineral! N-D-N-D-D-I-S Wutth, Mineral! N-D-I-S Wutth, Mineral! N-D-I-S Wutth, Mineral! N-D-I-S N-D-I-S Stahl, Jesser, Splatty. Das war's für heute. 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 Proxy? Oh, oh. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. Oh, okay. 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 Okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay.